Ja, die Wege sind frei, ich hab's schon gesehen. Ah ja, und ihre. Die sieht auch cool aus, irgendwie. Ach ja, wir haben ja einen neuen Zyklus. Stimmt. Ja, ja. Ach, dann muss man erstmal jetzt wieder... Gut, dass ich abgespeichert hab. Jetzt muss man erstmal wieder gucken, was so reingekommen ist. Aber sonst kann ich ja wieder meine Ladeaktion starten. Ah, in der neuen Mine. Ja, das ist logisch. Das ist natürlich unser Zeug. Okay, zeig mal her. Ja, ja, das ist unser Zeug aus der Mine. Hier ist viel... Ja, 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 das ist mein Zeug. Dankeschön. Silber, klar. Unser Silberbaum. Ja, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Hier ist voll blau drin. Da hatten wir ja auch einen blauen Baum gemalt. Davon mal abgesehen, ein bisschen grün. Und was? Da ist auch noch was drin, oder was? Nee, da ist... Was? Wer saugt jetzt grad wo was aus? Man weiß es nicht. Nicht bei mir. Ich hab grad einen Frames am Ruf. Ich wollte hier eigentlich nur mal reingucken. Nicht da. Hallo? Da ist Gold drin und Smaragd. Ja, das ist mir Bumbe. Da ist der Pangolin. Dann laden wir nochmal rein. Und gehen jetzt... Was hab ich jetzt gesagt? Gehen wir jetzt erst zu ihr? Nein, wir gehen jetzt erst mal... Ach, da war ja auch so viel blau. Äh... Äh... Äh, wo wollte ich hin? Ach, in unserer Mine. Genau. Das machen wir jetzt erst mal... Ja, 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 ja. Genau, genau. Das ist mein Garten. Dankeschön. Das ist nicht zu suchen. Und mal ein bisschen schneller hier. Ich brauche mal ein bisschen mehr Blau. Wir kriegen ja eh gleich Blau ohne Ende noch. Irgendwie überall. Das heißt, wir können es eigentlich voll vollfüllen hier. Das ist mal ein bisschen schneller. Genau. Schnell, 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 schnell. Können wir nochmal abspeichern. Der saugt da die kleinen Viecher ab. Das soll er ruhig machen. Die hab ich ja eh nicht mehr bekommen. Silber und Rot war das ja noch. Oh nein, wenn jetzt Hüpfelfiecher hier sind, dreh ich am Rad. Bestimmt. Höre ich was? Nein, höre ich nicht. Okay, dann sammel. 113. Haben wir... Ja, wir haben so viel Platz, glaube ich. Ich hab ja so viel Blau jetzt reingemacht. Ja, ja, passt. Wir müssen gleich gucken, ob wir das Silber überhaupt abernten können. Wow. Dann können wir ja... Dann können wir auf jeden Fall Uta auch füllen. Die neue. Was sehr gut ist. Da hängt noch das kleine Ding hier. Süß. 113. Das weiß ich nicht, ob ich noch reichte. Was wollte ich gerade sagen? Ich muss pinkeln. Uta können wir dann auch füllen. Voll auf jeden Fall. Dann gibt sie uns nämlich die Wege schon in ihr reichfrei. Was sehr praktisch ist. Weil... Weil... Was wollte ich sagen? Ich muss pinkeln. Weil da ist ja noch irgendwo das Herz. Äh, 100? Was? Es reicht. Äh, nicht mehr. Nimm mal ein bisschen Violett ab erstmal. So, jetzt sollte es gehen. Sehr schön. Was? Zwei? Kann ich das nicht mehr aufnehmen? Sag mal. Oder habe ich jetzt alles... Nee, ich habe alles genommen. Gut, dann noch schnell zum Grünen. Vorsicht, Flatterviecher. Oh, Frame... Nein, nicht runterstürzen, bitte. Danke. Schnell, 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 schnell. Zu unserem Häuschen. Äh, sicher und so. So, auch 113, das ist natürlich echt geil. Die Minen sind schon nicht schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Okay, auch alles weg. Dann... Ja. Oh, 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 schon wieder. Ja, ja, ich beende auch gleich die Aufnahme. Gar keinen Stress. Ich habe heute eh wieder insgesamt so viel aufgenommen. Heute Nachmittag. Jetzt heute früh. Aber man kann dann auch hier immer nicht richtig aufhören, irgendwie. Man will halt wissen, wie es weitergeht. Wir können das auch gleich nochmal umfüllen für die Lehre. Ich würde sagen, dass wir eh... Also ich würde jetzt gleich aufhören, aber... Aber, 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 aber... Ich nehme das Rot raus jetzt erstmal nochmal. Ja, das lassen wir so drin. Wir gehen jetzt gleich dann... Ah, das mache ich aber gleich in der Lehre. Ich muss mich jetzt nochmal umgucken. So, ja, ja, das, äh... Das ein bisschen Violett kann ja verarbeitet werden. Genau, passt. Was, schon wieder? Ernsthaft? Naja, ich höre jetzt gleich auf. Gar keinen Stress. Aber wir haben echt viel Farbe, Alter. Das sieht mal echt anders aus. Aber gut, wir sind auch in diesem Nahrungsgedöns drin. Das wird bestimmt wieder schlimmer werden. Halt, lasst mich alle in Ruhe. Schwächern, bitte. Genau, wir gehen dann das nächste Mal in unseren Garten noch für das bisschen Silber, was da drin ist, würde ich vielleicht behaupten. Und in den müssen wir noch reingehen. Hier auf jeden Fall. Hier ist noch voll viel Blau. Weil das andere Silber hier in dem, das bleibt ja eigentlich auch drin. Das müssen wir eigentlich gar nicht unbedingt tun. Da warten wir vielleicht nochmal ab. Ja, ist eine gute Sache. Damit wir das hier alles in dem Zuge schaffen, dann gehen wir auf jeden Fall hier hin, holen das Zeug da raus und gehen dann, ja, zu ihr. Und dann haben wir genug, sie zu füllen, um die Kammern hier freizulegen. Dann lass mich nochmal einmal reinspeichern. Ich will nochmal gucken, wie die Kammern, ob ich das schon sehen kann, wie die heißen. Aber vielleicht gehen wir auch echt noch in unseren neuen Garten rein. So, kann man das sehen? Ach, kann man noch gar nicht sehen. Schade. An der Eins wird wieder das Addict sein und zwei andere Dinge. Okay. Wen hat sie als Wächter? Tyrann. Ja, das freut mich. Das freut mich. Ja gut. Wer ist eigentlich hier? Ach ja, Vala. Ja, genau. Ja, nee, genau. Machen wir so, Leute. Und dann beende ich jetzt hier erstmal und freue mich aufs nächstes Mal. Und wir kommen echt gut. Und wo ist, äh, halt. Lade nochmal einmal rein. Und wo ist eigentlich, mit dem Pangolin müssen wir uns dann kümmern, dann können wir auch mal zu dieser Irre reingehen. Wo ist Ole jetzt hier eigentlich? Oh, Frame-Einbruch. Klasse. Janis Haus. Die sieht auch süß aus. So klein, jung. Ernsthaft, jetzt... Ach, mit dem Frame-Einbruch ist das scheiße. Kann ich nicht kümmern. Da oben erst. Okay, da komme ich entweder hier rüber. Imas Turm. Elis Lustschiff. Okay, da komme ich entweder über ihre Reihen oder halt dann hier über dann diese Ima. Die auch schön aussieht. Okay, aber jetzt Ende Gelände. Äh, herzlich. Willkommen zurück zu The Void, liebe Leute. Endlich. Endlich. Endlich wieder. Ähm, nicht nur für euch, sondern auch endlich für mich. Erst, äh, ja, musste ich nicht aufnehmen, weil, äh, ich noch so viele Parts in petto hatte. Und dann war das hier mit meinem Laptop die Scheiße. Und als ich jetzt endlich hätte wieder aufnehmen können, dachte ich mir, scheiße, ich muss jetzt das Spiel neu installieren. Also ich meine, die Saves hier hatte ich ja abgespeichert. Puh, Gott sei Dank. Und, ähm, ja, dann dachte ich mir, scheiße, wo ist denn die CD? Und ich schwöre, ich habe hier so viele CDs rumfliegen. Aber The Void habe ich nicht gefunden. Und ich habe gedacht, ich werde wahnsinnig. Ich will das Spiel endlich wieder spielen. Ja, und jetzt habe ich die CD Gott sei Dank gefunden. Leute. Äh, und ich hoffe, es läuft jetzt hier einigermaßen. Ich muss daran denken, die Aufnahme öfter mal zu splitten. Nicht, dass es wieder so passiert wie letztens bei Exil. Das ist einfach überhitzt und das wäre sehr bescheiden. Ähm. Ich wollte jetzt nochmal kurz den Körper gucken. Ich habe mir gerade den Rest noch angeschaut in meinem Bearbeitungsprogramm vom anderen Video. Oh ja, das müssen wir ja unbedingt umändern. Wir brauchten ja Blau und Rot für die, ne? Ja, da haben wir auch genug. Ähm. Ja, genau, was wir jetzt machen müssen. Ich wollte jetzt in den alten Garten das Blau abernten noch. Da ist auch noch so eh wie viel drin. Dann mach doch da nochmal ein bisschen was rein gleich. Und, wow, das ist laut. Ich muss mal gucken, jetzt, genau, Audioeinstellungen muss ich vielleicht noch verändern, Leute. Muss ich dann mal gucken, ähm, ja, wie das jetzt mit der Bearbeitung dann hier aussieht. Oh, ich darf jetzt nicht wieder stundenlang aufnehmen. Okay, äh, zurück und E. Genau, meine, halt. So. Meine, äh, Tastenbelegung musste ich auch ändern. So, Bernstein. Und mal gucken, wie es auch mit den Frames aussieht. Keine Ahnung. Da ist doch Blau drin, ne? Ja, voll viel. Grüne auch noch. Das magt. Und kannst du mal ein bisschen, wir sammeln doch jetzt eh so viel Blau ein, kannst du nochmal ein bisschen mehr Blau in deinen Körper füllen. Weil. Ernsthaft. Hallo, wo ist das? Und auch nochmal hier so ein bisschen mehr überall irgendwo rein. Bisschen, bisschen schneller. Auf Tour. Wir dürfen nur auf, wir müssen nur aufpassen, dass wir es jetzt nicht über. Das ist natürlich nochmal eine andere Sache. Ich will nicht das in die Leere einfach abgeben. So, hopp, 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 hopp. Schnell, 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 schnell. Da mal rein hier. So. Oh nein, jetzt sind bestimmt hier Flatterviecher drin. Ich wollte mal diesen Kreis ausprobieren. Diesen Schutzwall. Muss ich mal dran denken. Jetzt ist mal gleich ein Körper. Körper, Körper. Ich hab so lange... Oh, ich hörts auch schon flattern. Ich hab so lange nicht mehr gespielt. Körper. Okay. Das Lila ist komplett verarbeitet, wie es aussieht. Das Blau packen wir hier noch erstmal voll rein. Oh, ja. Wie viel haben wir jetzt da drin? Ja, also 100 können wir ungefähr einfüllen. Müssen wir mal gucken, wie viel der Baum dann her... Ach nee, stimmt gar nicht. Jetzt sind weniger... Ah, es ist bestimmt mehr Blau. Oh Gott, wir packen das... Vielleicht müssen wir... Oh, jetzt hab ich einen Frame-Zunbruch. Ich hoffe, es steigt wieder, Leute. Ich hoffe, es steigt wieder. Das ist jetzt nicht noch... Das wär's jetzt natürlich. Mal gucken. Weil, das merke ich jetzt halt, darum kann ich zur Zeit auch zum Beispiel gar nicht Binding of Isaac aufnehmen. Das würde ich sehr gerne. Aber das ist sogar beim privaten Spielen, dass da nämlich dann auch die Frames einstürzen und nicht mehr steigen. Scheiße, ich hoffe, die steigen gleich. Weil ich hatte nämlich viel an den Nvidia-Einstellungen rumgeschraubt. Da... Zwischenzeitlich sind sie auch mal wieder gestiegen. Da hatte ich also die Einstellung, die ich vorher hatte. Ficken, fuck. Aber sie sind immer sehr schnell eingestürzt. Also wie wir es jetzt auch am Ende hatten, ne? Immer so alle 10 Sekunden. Und das ist ja einfach nicht spielbar. Und dann habe ich jetzt so die Einstellung gewählt, dass die halt, ja... Für mich beim privaten Spielen dann zwar irgendwann fallen, oder muss ich das Spiel halt neu starten, so ungefähr. Scheiße, das sieht nicht gut aus. Aber egal, wir... Boah, das sind echt keine guten Frames. Jetzt mache ich aber trotzdem hier erstmal... Ich kann ja auch hier... Ich meine, ihr wisst ja, wie das abernten ist. Ansonsten mache ich das jetzt hier gleich selber alleine. Und hole euch erst wieder bei Uta dazu. Aber ich meine, dann stürzt es natürlich auch ab. Warum könnt ihr euch denn nicht beruhigen jetzt? Scheiße, oder ich muss doch an meine Einstellung nochmal rumrennen. Weil so macht es ja auch gar keinen Spaß. So wird es ja auch bei mir für privaten Spielen genauso sein, ohne Aufnahme. Nee, die steigen echt nicht mehr. Ja gut, dann kann ich auch einfach rausgehen. Ich muss ja jetzt hier nicht meinen Körper füllen, weil... Ich kann ja hier eh nicht abspeichern, nur in der Leere. Leute. Jetzt habe ich mich so gefreut, dieses Spiel endlich wieder zu spielen. Ah, wisst ihr, wie geht das Gefühl? Dieses Gefühl, wie du jetzt so voll die Faust in die Fresse kriegst. Ach, Ficken. Ja, gut. Ja, dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder. Und ich stelle da mal ein bisschen rum. Scheiße. Okay, ja, dann bis gleich. Leute. Eigentlich ist das Spiel unspielbar mittlerweile. Egal ob mit oder ohne Aufnahme. Ich habe zwar ziemlich viel jetzt gerade an den Nvidia-Einstellungen rumgedoktert, aber entweder finde ich die richtige eine kleine Einstellung nicht, die es halt bei uns dann geschafft hat, dass halt die Frames immer zusammengestürzt sind und wieder hochgekommen sind. Oder es geht einfach nicht mehr, die Frames stürzen ein und sie bleiben dann dort und sie gehen nicht mehr hoch. Und wie gesagt, egal ob mit oder ohne Aufnahme, was ziemlich bescheiden ist. Besonders, wenn man gerade, ja, ich war dann nochmal im Garten, wenn man sich in der Kammer befindet. Man kann ja noch nicht mal kurz sagen, so wie ich es bei Isaac dann nämlich immer mache. Ja, ich beende das Spiel, warte kurz ab, bis sich mein PC wieder ein bisschen beruhigt hat und gehe wieder rein. Ich weiß, es ist super nervig, natürlich noch nerviger, wenn man gerade eine Aufnahme hat oder hätte. Aber, ja, hätte ich ja jetzt so gemacht. Geht aber nicht bei The Void, weil ich nicht in den Scheißkammern speichern kann. Das heißt, jedes Mal müsste ich wieder in die Kammer rein und neu anfangen. Und daher habe ich jetzt eben immer nur meine Windows-Taste gedrückt, also das Spiel einfach in der Tastleiste gelassen. Musste dann noch etwas länger natürlich warten. Ist ein bisschen scheiße, aber ich wollte jetzt wenigstens den Garten durchhaben. Mir ist dort was Interessantes aufgefallen, das werde ich euch gleich mal einblenden. Eine neue Predatorenart, ganz schön nervig. Besonders, weil ich das erste Mal, als ich im Garten war, einfach mal in diesem Viech drin stand. Und ich das aber erst gar nicht gemerkt habe. Die ganze Zeit hat mich nur so, also ein Vogel wollte mich angreifen. Und ich habe da extra auch mal den Kreis gemalt. Das hat relativ gut funktioniert so. Habe ihn abgewehrt, habe aber in dem Moment dann auch gemerkt, dass man, wenn man diesen Kreis, man kann da nämlich keine Farbe benutzen. Also man ist zwar in dem Moment geschützt. Und da blockt natürlich der Vogel dann auch so ein bisschen von ab, von diesem Schutzschild. Aber ich kann ihn dann nicht gleichzeitig vernichten mit Farbe. Man muss erst wieder warten, bis das Schutzschild weg ist. Ist auch wieder ein bisschen blöd. Also so positiv und negativ in einem. Ich rede viel zu schnell gerade. Ja, und trotzdem hat mich dann aber, als dann das Schutzschild weg war, hat mich dauernd was verletzt. Und ich dachte mir, her, das ist der Vogel. Und dann drehe ich mich dauernd um und denke mir, ist hier noch irgendwo ein anderer. Ich wurde vollkommen bekloppt und dauernd wurde mir Farbe rausgezogen. Ja, das war dieses Viech, auf dem ich drauf stand. Das habe ich dann auch extra nochmal aufgenommen. Bin dann halt nochmal reingeladen, weil das hat mir ziemlich viel dann rausgezogen. Und dann bin ich später nochmal reingegangen und das nächste Mal. Und dann habe ich dauernd auch so komische Geräusche gehört, so als wäre so ein Springvieh da, hier so ein Kiwi-Monster da. Habe aber keins gesehen. Und dann habe ich irgendwas auch springen sehen im Hintergrund und dachte mir, was ist denn das? Ja, das war genau das gleiche Ding. Das sieht aus wie so eine Blüte. Und die öffnen sich dann nämlich. Und ich schätze auch, weil ich habe jetzt auch nur so zwei Marsianer abgeerntet. Es waren aber viel mehr am Anfang drin. Die locken die wohl an mit ihrer Farbe. Und dann kommen die Marsianer, ja, und dann sterben die halt. Ja, weil sie halt da von dieser Farbe angelockt werden, wie wir es ja auch machen. Und diese Dinger saugen dann wohl diese Farbe in sich auf, schätze ich fast mal. Und dann hoppen die nämlich auch. Oder hüpfen halt. Alter, ich habe mich voll erschrocken. Ich wollte euch nur aufnehmen, wie die im Hintergrund dann so hoppen, wenn die sich dann so schließen. Und dann springt das Ding voll auf mich zu. Und ich dachte mir, oh, what the fuck, weg hier. Das habe ich in dem Moment nicht bedacht, dass die auf mich zuspringen. Ja, war witzig. Ich habe dann den Garten fertig gemacht. Und habe, weil wir hatten extrem viel Blau, habe dann nochmal einen neuen blauen Baum gemalt. Weil, Leute, unsere alten Bäume sind jetzt wieder zum Bemalen startklar. Hat mich auch sehr gefreut. Ja, und jetzt nehme ich eigentlich auch nur, eigentlich wollte ich auch wirklich jetzt aufnehmen und sagen, Leute, es funktioniert nicht. Ich muss einfach jetzt warten, bis ich mehr Leistung unter meinem Hintern habe. Was eigentlich auch nicht mehr so lange dauern sollte, kann ich mal so vorneweg nehmen. Ich hoffe es zumindest. Also ich habe da so ein bisschen was geklärt, gemacht. Aber ja, ich glaube es dann auch erst, wenn der PC hier steht. Schauen wir mal. Aber da ist jetzt gerade eben ohne Aufnahme, eben das letzte Mal beim letzten Versuch, doch länger, Entschuldigung, länger funktionierte. Ja, es kann natürlich auch wieder nur Zufall gewesen sein. Ich meine, ich habe jetzt hier alle Fenster offen. Es ist arschkalt. Ich sitze in meiner Decke eingemummelt. Meine Hand ist eiskalt. Weil die ist natürlich draußen in meinem Haus. Ich habe einen dicken Schal um. Und ich hoffe, dass, ja, meinem Laptop es dadurch ein bisschen kälter ist. Ja. Und darum dachte ich, jetzt starte ich nämlich gleich nochmal rein. Und, ähm, und, und, und. Was wollte ich sagen? Und ja, weil ich mir unbedingt jetzt Una, heißt sie, ne? Una anschauen will. Und weil ich es mir jetzt selber unbedingt anschauen will. Ja, ich kann das ja jetzt nicht ohne Aufnahme machen. Weil dann weiß ich ja bei der Aufnahme schon, ne? Was ich erwarte. Darum muss ich es ja mit euch machen. Ja, und darum nehme ich jetzt nochmal auf. Okay, und jetzt schaue ich mal ganz kurz, was Outer City sagt. Naja, fünf Minuten gelabert. Ich hatte fast mit mehr gerechnet. Wahrscheinlich ist der Part jetzt zu Ende, Leute. Nein, das können wir ja nicht machen. Also wir schauen jetzt auf jeden Fall noch in die Kammer von Una rein. Bin ich sehr gespannt. Okay. Alles klar. Dann, äh, ja, bis gleich. Dorthin. Tschüss. So, man sieht, wir laufen. Wir sind auch schon gleich da. Und ich weiß nicht, wer da lacht. Und wir gehen mal rein. Äh, ich hab Angst. Obwohl ja ne Frist in Kammer, muss man ja, glaube ich, keine Angst haben. What? Feuer, das ist natürlich ganz toll für meinen Prozessor. Äh. What? Also ich muss erstmal, also erstmal, gehen wir mal kurz in den Körper. Und zweitens muss ich mal leiser machen. What the fuck? Also, man sieht hier, wir sind immer noch voll mit Blau. Oh, gut, dass wir gleich reingegangen sind, weil sonst hätten wir was in die Leere abgegeben. Aber ich musste mich leider so füllen hier extrem. Vorhin hatte ich sogar fast alle Dinger voll im Garten, weil wir hier komplett voll sind, ja. Okay, bis auf den letzten stimmt nicht, bis auf den letzten Tropfen, weil einen hätten wir sogar noch frei. Ähm. Aber das ist ja gut, weil sie braucht das ja. What the fuck? Was ist das für eine Musik hier? For crazy. Aber cool. Ähm. Brauchen wir hier Verteidigung? Eigentlich sind doch hier keine Viecher drin, ne? Aber wir können ja mal vorsichtshalber was reinmachen. So. Boah, okay. Nicht so entspannend wie sonst. Und dann, bevor wir zu ihr gehen, dann gehen wir auf ein paar Gold rein. Ich hab hier auch noch ein bisschen Violett drin. Na, es sind nur noch vier. Da hatte ich auch vorhin Violett. Ja, sieht man auch noch, aber es sind nur noch null. Können wir das mal umfüllen hier bitte jetzt? Geschwindigkeit ist ja okay. Dann kriegen wir es hier alles rein. Ja, passt. Sehr schön. Ja. Wut packe ich mir jetzt nicht rein, aber... Oder? Ach komm, machen wir jetzt mal vorsichtshalber ein bisschen Wut rein. Falls jetzt hier doch irgendwas rumschwirrt. Und wir wählen auch gleich mal... Ne, das wollen wir ihr geben. Hier fliegt eine Fliege rum. So. Violett aus. Alter, hier wackelt auch alles. Okay, wenn ich da hinschaue, stürze ich mal an. Meine Frames ein, aber nicht so doll wie sonst. Und ich bin schon wieder voll klein. Und what the fuck, wo muss ich lang gehen? Das wackelt alles. Das ist voll groß bei ihr. Ich geh jetzt mal hier lang. Äh, Leute. Alter, ganz ehrlich, ich mach nochmal mehr Verteidigung rein. Irgendwie scheint mir das hier gefährlich zu sein. Aber ich weiß nicht, ob es mich täuscht. Hab ich überhaupt noch Platz? Nimm mal das Violett da raus. Unten hätte ich auch noch ein bisschen was. Bestimmt stürzen gleich meine Frames ab. Aber egal, dann geh ich einfach mit der Windows-Taste raus. Ich muss nur dran denken, dass ich die Frips-Aufnahme dann beende. Ach, da hätten wir ja auch noch Platz. Warte mal, machen wir mal anders, bevor ich den hier unten vergesse. Weil der ist hier so immer so uneinsichtig. Uneinsichtig. Das Herz ist uneinsichtig. Also, das ist mal krass. Ich würde sagen, sie ist wie so der Krieg oder so. Alter, hört man da Menschen schreien? Hört ihr das? Also, ich glaube, das ist der Wind, der heult. Aber der soll sich, glaube ich, echt so anhören, als ob... Okay, das ist hier eine Verbindung zu allen vier Gängen. Als ob Menschen schreien. Das ist bestimmt Krieg, Krieg, Wut. Darum mag sie auch rot. Logischerweise. Weil das ist ja im Spiel... Ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Also, hier komme ich nicht weiter. Es ist ja nicht irgendwie Erotik oder Leidenschaft, sondern halt eher Wut. Nicht nur ihr, sondern es ist so. Ja. Und dann wieder die Leute an der Matte und die, te loyalty an.